Jo Leute und was geht ab und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist John und heute mache ich mal wieder ein Fortnite-Video, da ich seit langem kein Fortnite-Video gemacht habe. Und Leute, wie ihr sehen könnt, bin ich hier mit dem neuesten Deadpool-Skin, Leute. Man konnte den kriegen, indem man so welche Herausforderungen gemacht hat und das habe ich auf jeden Fall gemacht. Wie ihr seht, bei mir ist der Deadpool noch nicht draußen und ich frage mich, warum nicht. Und hier sind auf jeden Fall die Herausforderungen, obwohl ich eine Herausforderung nicht ganz geschafft habe, habe ich trotzdem Deadpool irgendwie gekriegt. Aber egal, jetzt Leute, auf jeden Fall habe ich Deadpool. Und jetzt gehen wir mal zum Shop und das ist halt der Shop jetzt, das Mode halt und da ist der echt intensiv im Mode und so weiter und so fort. Also hier sind auch viele Skins und so im Shop, aber ja, ich will auf jeden Fall jetzt nichts kaufen, weil ich habe auch nicht so viel V-Box, Leute. Ich will aber einfach mal sagen, ich bin einfach mal Solo. Ähm, und ja Leute, auf jeden Fall, wir haben gerade 3 Uhr nachts. Ich frage mich, warum ich um diese Uhrzeit ein Video drehe. Aber irgendwie hatte ich voll Bock, ein Video zu drehen und ich drehe jetzt halt einfach ein Video und ich finde irgendwie diesen Skin irgendwie voll komisch. Keine Ahnung, ich finde das ging irgendwie voll komisch, Leute. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns danach einfach in der nächsten Runde, Leute. Also bei der Solo-Runde, wenn wir jetzt mal drin sind. Und Leute, wie findet ihr eigentlich den neuen Deadpool-Skin? Also ich finde den ziemlich geil, so, weil guckt mal, Leute, der sieht einfach irgendwie geil aus. Und, ähm, ich glaube, ich zeige euch mal kurz meine Skins, weil ich habe mir einen Pass. Ich habe nicht so viele Skins, aber egal. Ich habe auf jeden Fall die Banane und so weiter erlebt, wo man war mein Shop, den habe ich einfach gekauft. Und ich habe mir auch den Battle Pass einfach geholt, weil, keine Ahnung, ich wollte unbedingt den Bananen-Skin. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns dann einfach, wenn wir jetzt endlich mal in der Runde drin sind, weil bei mir steht... Achso, okay. Als ob sogar der Bus ist so, so wie Deadpool so halt gestaltet. Das wusste ich gar nicht, Leute. Okay, Leute, ich würde mal sagen, wir landen jetzt einfach mal, ähm, lazy, oder? Sollen wir lazy landen? Oder wo sollen wir landen? So. Ja, okay, komm, Leute, wir landen einfach lazy. Ich hoffe, dass aber dort nicht so viele Gegner landen werden. Weil, ich habe keine Lust, direkt so zu sterben, Leute. Und, ähm, ich würde mal sagen, wir gehen beim ganz großen Haus dort, also beim großen Haus. Ihr wisst schon, glaube ich, welchen Haus, ich meine. So, so, so. Okay, da ist bis jetzt kein Gegner. Okay, okay, komm, komm. Nein, die Häuser backen, die Häuser backen. Leute, sorry, dass es bei mir manchmal hängt, aber das regt mich gerade auch irgendwie voll auf. Das legt immer irgendwie bei mir so. Und hier ist auf jeden Fall eine Kiste, die machen wir da mal auf. Äh, hängt doch nicht. Das nervt irgendwie voll, dass es hängt, Leute. Okay, Leute, wir haben jetzt auch nicht so geile Waffen gekriegt, aber hauptsache wir haben ein paar Waffen. So, ich würde mal sagen, wir nehmen einfach die Tag mit und dann, äh, bauen wir uns einfach unten. Und, ähm, ja. So, ich hoffe, wie, da sind auf jeden Fall ein paar Kisten. Das leben auch jetzt nicht mehr so viele Gegner. Das leben nur noch 86 jetzt. So, wir gehen mal runter, vielleicht ist dort eine Kiste irgendwo. Oh, scheiße, da war ein Munition Teil, Munition Kiste. Aber macht ja nichts, Leute. Weil, wir können die danach vielleicht nehmen. So, hier liegt auch Munition. Hier ist sogar eine, ähm, grüne Tag. Die nehmen wir dann auch mal mit. So. Oh, nein, bitte hängen nicht, ich will nicht sterben. So, hier läuft ein Gegner irgendwo herum. So. Wir nehmen wir mal diese Munition mit. Nehmen Sie doch, habe ich die genommen oder nicht? Keine Ahnung, Leute. Aber ich würde mal sagen, wir suchen mal jetzt nach dem Gegner, weil irgendwie habe ich Lust, ihn zu killen. Aber ich hoffe, wir werden nicht direkt sterben. Läuft er da irgendwo herum, weil ich sehe ihn nicht. Ich höre nur Schritte. So. Okay. Der läuft irgendwo hier herum. Hier, da war ein Schild dran, ich trinke den jetzt mal kurz. Okay, ich habe den jetzt getrunken, Leute. Ich nehme mal den Verband mit, falls mir irgendwas stoßen sollte. Okay, da ist Monitierung für Pumpkin, die haben wir natürlich mitgenommen. Okay, ich würde mal sagen, jetzt suchen wir mal nach dem Gegner. Okay, aber wo ist das, die Frage? Weil ich sehe den gar nicht. Der läuft irgendwo hier herum, aber ich weiß nicht wo. Okay, so, ähm. Ah, da müsste, glaube ich, hinten dran die Kiste sein. Da müsste, glaube ich, ja, hier, ich habe es doch gewusst. So, den Medikit lassen wir mal da, weil, keine Ahnung, Leute. Ich glaube, ich nehme einfach nur den Verband mit. So, wir nehmen auf jeden Fall Sturmgewehr Munition. Ah, da, da war der Gegner, bitte häng nicht, häng nicht. Okay, da ist ein Noob. Da ist ein Noob. Hab ihn einfach. Hier läuft noch ein Gegner rum. Okay, der guckt mir zu und jetzt nicht mehr. Okay, wo ist denn der Gegner jetzt? Hm. Doch danach, Leute, schaut, was am Ende passiert ist. Okay, Leute, auf jeden Fall, wir sind jetzt am Ende fast. Es leben nur noch vier Gegner, Leute. Und ich habe schon sieben Kills gemacht bei Lazy. Und, äh, ich glaube, ich hatte hier auch einen Kill gemacht. Aber ich weiß nicht mehr ganz genau. Ja, ich glaube, ich hatte hier auch einen Kill gemacht. Auf jeden Fall, es leben nur noch vier Gegner. Ähm, wir haben, wie gesagt, jetzt sieben Kills. Es leben auch nur noch vier. Ich hoffe, wir werden irgendwie gewinnen. Aber ich glaube nicht, dass wir gewinnen werden. Weil, Leute, bei mir lebt es auch die ganze Zeit, wie ihr sehen könnt. Und falls irgendwas mit der Aufnahme sein sollte, weil bei mir passiert voll oft, dass die Aufnahme irgendwie einfach passieren, von alleine löscht. Und dann wird die Aufnahme ganz kürzer. Ähm, okay, Leute, da ist auf jeden Fall einer gelandet. Komm, wir zählen mal. Nein, häng nicht. Fuck! Nein! Nein, Mann, das hat gehangen. Aber egal, Leute, wir waren... Wir haben überlebt, bis vier Gegner nur noch waren. Und wir hatten sieben Kills gehabt. Oh, fuck. Wir hätten den so easy holen können. Aber nein, das hat gehangen. Aber egal, Leute, ich würde mal sagen, ich beende ab hier das Video. Wenn es euch gefallen hat, dann bleibt da und ciao. Mal. Neue. Wir parents.